Hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Galaxy Race. In der ersten Folge haben wir einen Menschen auf den Mond geschickt und wissen nun, dass ein Mensch fünf Minuten ohne Sauerstoff auskommt. Wir werden uns jetzt in vier Teams einteilen und die Käpt'n werden die Flaggen gestalten. So kommen alle bitte nochmal zur Base. So wer seine Flagge, wir können ja gleich nochmal hier unsere ganzen Flaggen aufstellen. So ich habe euch eine Einladung gesendet. Das ist nice Pixel-Arbeit. Kann keiner besser machen. So wer seine Flagge zeigen möchte, der kann mir einfach das Bescheid geben. Bin da. Du möchtest noch jemand seine Flagge präsentieren? Sexy. Die sieht einfach so nach. Ja, Steams Team hat noch keine Flagge und Steams ist auch noch gar nicht auf dem Server. Ja, jetzt aber. Das ist definitiv eine Vierenkunst. Kein LFD. Ja, sieht gut aus. Naja, gut. Willst, kommst du jetzt hier runter oder lass dich da oben? Wenn ich jetzt gerade nicht mal. Achso, ihr habt die Flagge in schwarz geändert. Alter. Und Steve, sieht man, dass ich in kurz ne vier hatte. Sechs. Ja, die schwarze Flagge gerade gehackt. Oh, ich hab gegessen. Gedrückt halten, dann stellt sie sie auf. Alex, was ist das? Das funktioniert nicht. Es kommt nicht ich noch, Steve. Doch, da ist sie doch. Äh, Steve, du musst unsere Flagge noch machen. Wo denn? Ähm, unser Escape und noch Space Race Manager unten rechts. Gib mir unsere Flagge, Sven. Warum hab ich jetzt die Flagge? Weil Sven deine abgebaut hat. Sven gibt die Flagge hier. Ich hab gar keine abgebaut, Mann. Die liegt hinter dir. Die sind hier streiten wegen Flaggen, Mann. Boah, ne. Hakenkreuz, wie immer. Also wenn man ein Hakenkreuz macht, gell, dann äh. Nein, das war ein Spaß. So wie Daniel und Basti hier rumlaufen, ey. So. Weil wer ist mit Flagge ist denn das? Oh, geil. Die ist von hier. Also Luca, das ist unsere schöne Flagge, oder? Ich hab jetzt nicht gesehen, wer hier eigentlich nicht hat. Kann man auch alles mit Alba löschen? Also die Flaggen, die Flaggen, ich sag mal so, die Flaggen können jetzt mal behalten. Yeah. Also wer braucht denn eine Flagge? Wir. Ja, wir. Wer? Ähm, Too Hard For You und. Ich mach doch gerade einen. Ja, du musst doch alle einen aufstellen. Ach so. Hat was. Gut. Ich seh nichts. Ich seh nur ne weiße Flagge mit grünem Hintergrund. Aber. Eine Sache noch, Leute. Vergesst nicht, euch gegenseitig zu adden. Ich muss einmal auf E gehen und Friends Sky, weil ihr könntet immer noch claimen. Aber bitte, das ist jetzt ein ganz großes hier an Dragon APM. Keine tausend Blöcke claim. Claims nur eure Basis. Mehr nicht. Klärt mir nur eure Basis jetzt hier, aber auf der Erde bitte nichts claimen. Das waren ja vier Chunks, gell? Genau. Ab vier Chunks ist Basis. Und äh, zwei Chunks ist Außenposten. Äh, ja. Ihr werdet jeden Tag, ab morgen tue ich halt jeden Tag abfragen. Ihr müsst halt mir immer sagen, welchen Planeten ihr erobert habt. Sagen, wie viele Chunks es hat. Äh, eventuell dann gucke ich es mir an oder dann schickt ihr einen Screen-Rot. Dann, äh, erstelle ich euch das in Rechnung. Ihr sollt jeden Tag nochmal einen Beitrag abzuzahlen. Abo. Das heißt, ihr euch Geld verdienen. Er bekommt genug Geld. So. Also, ich geb jetzt irgendwie nochmal so ne Stunde, dann könnt ihr ein bisschen hier auffarmen, ein bisschen was sammeln. Dann kommt die nächste, dann kommt die zweite Schwierende nach der Interaktion. Also, der, der hier nicht mehr farben möchte, der kann, äh, direkt sagen, leg mich am Arsch. Steht aus dem Planeten. Wie bist du da eigentlich schon? Ich geh gerne farben. Los. Gut. Dann. So. Also, ihr könnt hier auf der Erde jetzt noch einen Chunk claim, aber da wird dann später ein Train. Kann jemand essen für mich? Ich hab noch drei Äpfel, also. Ne, du hast ja keine, äh, 16 Äpfel bekommen, oder? Nein. Ach du. Ach du Scheiße. Das ist Steve. Wie kann man das wieder anfangen? Okay. Okay. Geh doch. Ja, meine Flagge auch angesammelt. Jetzt hab ich zwei Flaggen, danke. Was aufs Maul? Danke. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit bekommen, um Ressourcen auf der Erde zu farmen, bis wir auf unseren eigenen Planeten geschickt werden. Ja. Bill Alex. Ja. Ähm, Essen zu. Was? This is what? Ähm, fucken, Alter. Essen, Essen, Holz, alles was essbar ist. Aber Richtung geht's nicht, oh Gott. Drafting Table ist bei mir. Oh, das hätt's mir früher sagen können, dass du schon fertig bist mit dem Drafting Table. Hast du schon einen? Ja. So, dann mach ich keinen mehr. Ich hab noch welches. Ich hab's auch genug. Er baut sich hier hoch. So. Hi. Hallo. Sie brauchst du ihn müssen, aber. Warten wir auf Eisen. Wenn nötig. Die Jo-Chan und Fumi. Ja. Wollen wir uns die Kiste machen? Ja. Mit Ton. Pass auf vor was Dunklem. Wenn's dunkel wird, gell, ist das Öl. Ah ja, genau. Ja. Sag mal, geht mal weg hier bitte. Wir waren hier grad über mir. Hast du das? Oh, das ist ja eine Schlucht. Ich bin ober der Schlucht. Kennst du das Wasser? Das ist ja ein Gas. Das ist immer noch ein Gas. Warte. Boah, da sind die 52 Mobs. Ey, ich bin früher immer kurz. Nix passiert. Ich hab keine Ahnung, wo bist du, Junge? Ich nehm die halt unten in der Schlucht. Arde. Hä, neben mir? Ich glaube, er verwechselt sich. Lauf weg, Alex. Du kannst nicht glauben, wo der Spawner ist. Bei mir ist keine Sau. Super, eigentlich so. Er braucht ja keine Ahnung, er ist die VP verboten. Ja, schreibt ja einen Mobs. Ja, wo war der Spawner? Das ist Anlag, dass wir aus dem Besuch. Ja, ich hör hier was boomen, aber ich hab halt kein Opti-Feind drin. Das ist alles super drauf. Ja, das ist bei mir mit diesem Boom. Ja, das ist bei mir mit diesem Boom. Lord, bin in der Base. Er ist gestorben. Weil wenn der Spawner nicht abbauen kann, dann bin ich jetzt an die Mops gekommen. Willi, komm mal mit dir. Ja, du bist weg von der Barber. Boah ey. Wir sollen jetzt das Versteck stürmen. Nein. Welches Versteck liegt? Das war, wo wir am Anfang waren. Sollen wir stürmen? Ja. PvP, go. Ne, ich glaube es ist kein PvP. Wir sollen da nur rein stürmen und dann werden wir irgendwie weggezogen oder so. Ja, du hast da meinen Helm. Ja, ich hab deinen. Nein. Gut, dann. Ah ja, wo kommst du? Ja, wir sind schon unterwegs. Hi. Hallo. Jo. Alex? Jo. Bist du? Ich bin kurz bei meiner Kiste. Da kam ich noch aus. Cardi auch in unserem Team? Ja. Dann dürfen wir keinen Vielfalt fahren. In meinem Team ist niemand online. Aufs Beste. So. Arme Sau. Ey, das gibt's noch nicht. Ah, da war der Eingang irgendwo, oder? Ne, komm mit. Ich weiß wo der Eingang ist. Ich brauch Essen. Jo, ich komm gerade. Nicht, wann bleiben wir hier? Ah, da sind wir alle. Ja, erstmal Essen. Jo, ich bin gleich hinten. Schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, geht den Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. BYE BYE